Sportlichkeit Eleganz Verbundenheit Zweirad Hackmann in Dörten ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um Fahrräder aller Art geht. Wir beraten Sie gerne persönlich in unserer großen Ausstellungshalle. Hier finden Sie immer die aktuellen Markentrends und Radneuheiten. Von City über E-Bikes und Sporträder bis hin zum Kinderrad für die Kleinen bleiben keine Wünsche offen. Bringen Sie Ihr Bike zu uns. Bei einem kostenlosen Sicherheitscheck prüfen wir Ihr Rad auf Verkehrssicherheit. Reparaturen aller Art erledigen wir nach kurzem Problemcheck in unserer gut ausgestatteten Meisterwerkstatt. Geschulte Mitarbeiter kümmern sich fachmännisch und routiniert um Ihr Fahrrad. Unsere 600 Quadratmeter Fahrrad-Erlebniswelt enthält alles, was das Radlerherz begehrt. Vom Rücklicht bis zum Helm finden Sie in unserem großen Sortiment immer das passende Zubehör. Lassen Sie Ihr Rad auf Ihren Körper anpassen. In unserem Radlabor beim sogenannten Bikefitting passen wir Ihr Rad individuell auf Ihren Körper an. Mit einem Lasersystem messen wir Ihren Körper und verbessern Ihre Sitzposition am Rad. So fahren Sie beschwerdefrei und kraftoptimiert. Damit auch Sie sicher ans Ziel kommen. Zwei Rad Hackmann. Wir leben Fahrrad. Zwei Rad Hackmann. 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 Zwei Rad Hackmann.